Herzlich Willkommen zu diesem Take-On-Lehr-Video. In diesem Video geht es um den Grundschritt Pit-Babki. Pit heißt so viel wie nach außen. Und zwar deswegen, weil wir von diesem hinteren Punkt des Dreiecks auf den linken und rechten Punkt jeweils nach außen schreiten. Pit-Babki fängt an aus Wonpum. Diese Stellung ist Wonpum. Und wir treten immer ein Pit-Ti-Ti-Rigi als erstes. Dazu beugen wir uns leicht nach vorne und treten diagonal nach links mit dem rechten Bein. Und zwar so, dass die Zehen etwas nach außen zeigen. So, dann setzen wir hinten auf ungefähr diesen Punkt ab mit unserer Ferse und gehen mit dem linken Bein ein Stück ran. Dann nochmal von hier, Wonpum, Pabki-Ti-Ti-Rigi und links vor als erstes. Kum-Chill, Kum-Chill, rechts vor. Kum-Chill, Kum-Chill, links und so weiter. Es ist wichtig, dass man hier schön tief in Kum-Chill geht und hier nach vorne, richtig das Becken nach vorne nimmt und die Schultern zurück. In der Grundtechnik ist die Bewegung immer etwas größer als nachher in der Anwendung. Also nochmal von hier, Wonpum, Pabki-Ti-Ti-Rigi, Kopf. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kopf. Ja, das war auch schon das Video zu Pidpum-Chill. Viel Spaß beim Üben. Ja, das war auch schon.